Hallo, hier ist Benjamin Meier. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um Naturkräfte und Spiritualität. Und in dieser Folge geht es um die Welt der Steingeister. Die meisten Menschen sehen in einem Stein, den sie in Händen halten, ein totes Stück Materie. Und Recht haben sie, oder? Oder doch nicht? Was bedeutet denn Materie? Aus was besteht denn Materie? Das Märchen von den vielen kleinen festen Teilchen, aus denen das Universum besteht, zusammengesetzt ist, ist ja auch in der Physik schon lange nicht mehr aktuell. Und Schamanen war das schon seit jeher klar, dass die Welt aus Energie und aus Bewusstsein besteht und nicht aus toten Objekten, die irgendwo in einem leeren Raum drin liegen oder rumfliegen oder in einem Vakuum einfach blind drauf rum schwirren und die zufällig irgendwann dann damit begonnen haben, lebende Materie zu formen. Da steht weit mehr dahinter, Energie und Bewusstsein. Ich behaupte, Leben ist kein Zufall, sondern pure Absicht. Leben ist einfach Absicht. Denk mal drüber nach. Lass mal beides auf dich wirken. Stell dir mal vor, alles was es gibt, ist absoluter Zufall, reinstes Chaos. Stell dir vor, du lebst in der Welt. Und jetzt stell dir mal vor, alles was es gibt, ist volle Absicht, höchste Ordnung, höchste Klarheit. Alles folgt einem Plan. Ob man den kennt oder nicht, egal. Und die Frage ist, in welcher Welt möchtest du leben? Da bist du frei. Die Frage ist nicht, wie ist die Welt, sondern du entscheidest ja, wie du das siehst. Und in der Welt lebst du dann. Du wirst beides mit dem Verstand nicht richtig greifen können. Das übersteigt den Verstand. Aber wir haben einfach die Wahl. Leben wir in einer Welt des Zufalls oder in einer Welt der Absicht. Und am besten suchst du dir das aus, was sich für dich besser anfühlt. Das wäre so mein Tipp. Aber kommen wir zurück zu den Steinen. So einen kleinen Exkurs gemacht. Zufall oder Absicht kann sich jeder aussuchen, wie er sieht. Menschen nehmen natürlich ihr menschliches Bewusstsein als Maßstab für Bewusstsein und Leben. Das ist ja klar. Welches sollte man sonst nehmen? Jeder geht ja von sich aus, von der eigenen Lebenswelt. Und das Ego, unser Ich, schaut auf die Welt und wertet anhand von sich selbst. Und das ist ganz normal. Alles, was da nicht ist, wie es selbst, ist dem Ego erst mal Suspekt. Alles Andersartige. Das ist ja schon unter Menschen so. Da ist der Mensch, der ist anders. So, der könnte Gefahr für mich sein, weil der könnte meine Meinung ins Wanken bringen, so ins Ego. Der hat da Angst davor. Und so kommt der Mensch zu seinen Wertungen und Urteilen. Und letztlich ist es dann seine Wahrnehmung, womit er seine Welt formt. Wie er sie gestaltet, wie er sie versteht, wie er sie begreift. Und wir wissen ja auch, dass Menschen so arrogant sind zu denken, dass sie das Nonplusultra sind im gesamten Universum oder Multiversum. Die Krone der Schöpfung. Schreibt er sich ja gern auf die Krone oder auf die Mütze. Aber was, wenn dem gar nicht so ist? Sondern eben nur am Menschen selbst gemessen. Wenn der Mensch sich mit sich selbst vergleicht und sagt, ja, im Vergleich zu meinem menschlichen Bewusstsein ist das menschliche Bewusstsein natürlich das Nonplusultra. Ich bin der Maßstab. Aber was, wenn zum Beispiel ein Stein auch ein Bewusstsein hätte, halt ein ganz anderes als ein menschliches Bewusstsein, was der Mensch, wenn er es mit seinem Bewusstsein und seiner Lebenswelt abgleicht, das völlig andersartig ist. Aber für den Stein ist sein Bewusstsein das Normale. Und dieses Steinbewusstsein, das unterscheidet sich natürlich von der menschlichen Erfahrung sehr, also wirklich sehr. Wir Menschen, wir drücken uns ja mit unserem Bewusstsein sehr durch unsere Körper aus. Unser biologischer Körper ist ja sehr beweglich, sehr aktiv. Wir können damit eine Menge machen. Wir können damit unsere Umwelt sehr beeinflussen, sehr gestalten. Werkzeuge bauen, mit diesen Werkzeugen dann die Welt verändern. Das ist unser Ding. Wir leben in einer Welt, die wir aktiv formen können und das auch tun, sehr stark. Auch oft zum Leid von anderen Lebewesen. Das kennen wir ja auch. Und wir Menschen sind auf der materiellen Alltagsebene, auf der biologischen Ebene, wo wir auf unsere, ich sag mal, materielle Umwelt einwirken können. Da sind wir recht bewusst gestaltend aktiv, also recht bewusst. Manche machen ja einfach Sachen auch unbewusst, einfach weil man es so tut. Aber wir machen recht viel gestaltend. Wir verändern unsere Umwelt. Und auf den inneren geistigen Ebenen, wie drücke ich das aus, da pennen die allermeisten Menschen. Die dümpeln da vor sich hin. Die dösen einfach. Aber auf diesen Bewusstseinsebenen, wo die meisten Menschen, auf diesen inneren geistigen Ebenen, wo die meisten Menschen eher schlafend sind, da sind sozusagen die Steingeister sehr, sehr aktiv. Also die, die quasi auf der materiellen Ebene einen Körper haben, der zum Beispiel gar nichts machen kann. Ein Stein, der kann überhaupt nicht auf seine Umwelt einwirken. Das ist einfach eben aus menschlichem Bewusstsein heraus betrachtet ein Stück in Anführungsstrichen tote Materie. Aber aus der Sicht des Steinbewusstseins ist das einfach der materielle Ausdruck. Und je toter auf uns etwas wirkt in unserer Welt, umso eher ist, wenn da ein Bewusstsein, ein Wesen dahinter wirkt, dessen Körper quasi dieser, jetzt in dem Fall der Stein ist, ist der umso aktiver auf den inneren geistigen Ebenen. Also wir Menschen sind sehr aktiv in unserer Alltagswelt und die meisten eben innen, ja, inaktiv sehr oder unbewusst. Und bei den Steinen ist es umgekehrt. Also je toter quasi auf uns der Körper wirkt, umso aktiver ist das innere Bewusstsein, ja, das sind die Steingeister quasi der Menschen. Haushoch, ne, Haushoch reicht nicht, also gebirgshoch überlegen, ja, also wirklich so. Und da können die ganz viel machen, ja, viel mehr als für Menschen. Also man kann wirklich sagen, so, je aktiver das Materielle sein, umso inaktiver das Nichtmaterielle sein. Und je inaktiver das Materielle sein, umso aktiver das Nichtmaterielle sein. So, das ist so die Formel, die gilt, ne. Da kann man sich vorstellen, was das so abgeht, wenn man so einen Stein hat, der eben überhaupt nichts machen kann. Der ist voll meiner Laune jetzt unterworfen, damit ich mir ja nicht alles Mögliche machen. So, ich kann den pulverisieren, ich kann den wegschmeißen, ich kann, was weiß ich, was damit machen, ja, einfach liegen lassen. Der liegt da einfach um. Fertig. Ja, wenn man sich mal anguckt, so ein Stein oder eine ganze Gesteinsschicht, da kann ich einkaufen gehen, ja. Klingt lustig, aber bringt das genau auf den Punkt, ja. Ein Stein ist kein biologischer Körper, der hat keinen Stoffwechsel, keine Fortpflanzung, keine Geburt, keine Geburt, kein Tod, ja, das gibt es da einfach nicht. Der kann körperlich nicht sterben, ja. Und das, was aber mit menschlichem Maßstab, maßstab gemessen ein toter Stein ist, dann, ja, der noch rumliegt, ist eben auf einer anderen Bewusstseinsebene ein machtvolles, höchst kreatives Wesen, wirklich höchst kreativ. Und mit diesem Wesen des Steins, der Steingeister, ne, mit diesem Bewusstsein kann man in Kontakt treten und kommunizieren und dann ganz viel mit denen zusammenarbeiten. Und diese, ja, dieses Bewusstsein der Steine oder diese Bewusstseine der Steine, die nenne ich Steingeister, ja, das ist so ein Begriff, den ich dafür nutze. Mit so einem Steingeist zu kommunizieren, geht natürlich nicht so, wie man jetzt mit anderen Menschen kommuniziert, also wie Menschen untereinander kommunizieren, also mit Körper und Sprache, ja. Man muss den Steingeistern auf ihrer Bewusstseinsebene begegnen. Ja, weil der Stein hat ja kein Mund, der hat kein Ohr, ja. Das ist eben anderes Bewusstsein. Deswegen können wir nicht erwarten, ne, wenn ich sage, jemand spricht, ich spreche mit dem Stein, dann, dann, manche lachen da, ja, klar, bist verrückt, mit dem Stein sprechen, ha, ha, ha. Ja, natürlich redet der nicht wie immer mit einem Menschen, ja. Da muss man eben anders das machen, ja. Und dann kann man sagen, man unterhält sich beim Stein, ja. Man muss sich sozusagen mit dem Bewusstsein an das Bewusstsein des Steines anpassen und sich darauf einlassen, weil, ja, der Stein kann sich halt keine Ohren wachsen lassen und keinen Mund, ja, dass wir per Geräusch miteinander sprechen können. Aber wir Menschen, wir haben ein Bewusstsein, das auch auf inneren geistigen Ebenen höchst aktiv werden kann, da, wo die Steingeister aktiv sind, ja. Also wir können uns quasi in deren Welten begeben und mit denen, was machen? Die können sich über ihren Körper nicht mit uns austauschen, ne. Wir können quasi beides oder wir könnten beides, ja. Und genau da, wo wir eben auf diesen inneren geistigen Bewusstseinsebenen zum Steingeist begegnen, da beginnt dann das schamanische Zusammenwirken mit Steingeistern. Man macht das mit schamanischen Trance-Reisen oder Trance-Techniken und natürlich per außersinniger Wahrnehmung, weil die körperlichen Sinne sind hier untauglich, ne. Das haben wir ja gerade schon geklärt. Und Menschen, die keine Erfahrung damit haben, ne. Die halten sowas natürlich für Quatsch, ja. Wie gesagt, wenn man sagt, ich unterhalte mich mit Steinen, ja, dann, ja. Manche verstehen das nicht, andere machen sich lustig. Vielleicht auch hier wird der eine und andere sagen, ja, der Spinn, beim Steinsprechen. Wer halt keine Erfahrung hat, kann das nicht beurteilen, ne. Also wenn du jetzt denkst, der Spinn, hast du Erfahrung, hast du mal jahrelang das ausprobiert, dein Bewusstsein verändert und in die Ebenen, die Dimensionen der Steingeister da reingegangen. In diese Realitäten hast du das erkundet. Wenn nicht, kannst du das, hast du null Kompetenz, das zu beurteilen. Das heißt, sei offen oder habe Vorurteile, ja. Jeder, wie er möchte, ne. Aber wer sich auf dieses Abenteuer hier dann begibt, dem eröffnen sich ja ganz neue Welten der Erkenntnis. Und das liegt eben an den Steingeistern. Die haben es echt in sich. Es ist echt krass. Einem, so einem echten Steingeist in seiner Sphäre zu begegnen, das ist für die meisten sehr ergreifend. Also ich führe auch schon sehr lange so Leute da immer wieder hin. Ja, das geht ja auch, dass man Leute in Trance-Reisen hinführt. Aber ich bringe auch bei, wie man das selber macht. Und nicht selten fließen hier Tränen. Wirklich. Das ist so ergreifend. Viele spüren da so eine tiefe Verbundenheit und so, sowas wie so ein Heimkommen. So wie ein Endlich-Ankommen. Ah, endlich ergibt alles Sinn. Sie verstehen es nicht mehr im Verstand, aber sie spüren, ah, jetzt bin ich endlich angekommen. Und die spüren dadurch, dass im Grunde irgendwo alles in Ordnung ist, in einer, wie wir anfangs erwähnten, in einer natürlich absichtsvollen Ordnung. Und nicht einfach alles Zufall ist. Weil das ist die Ebene der Steingeister. Die pure, klare Absicht und die Ordnung, die göttliche Ordnung sozusagen. Und die Leute spüren dann, dass sie viel mehr sind als das Ego, das sich im Alltag immer so durchkämpft. Und das liegt unter anderem daran, dass einfach die Bewusstseinsebenen der Steingeister, also der Mineralien, dass das die Ebenen des Klangs und der geometrischen Formen sind. Und dem liegt einfach, das ganze, also das ganze Universum basiert da drauf, auf so grundlegenden Mustern und Klängen und Frequenzen. Also alles ist Energie, bestehend aus verschiedenen Frequenzen. Und das wird dann von Bewusstseinen quasi übersetzt in bestimmte Konstrukte. Und dadurch entsteht sozusagen die Realität. Und das Mineralreich, das ist auch nicht nur auf die Erde begrenzt, sondern ist kosmisch. Das macht es nochmal sehr, sehr viel spannender. Mineralien sind fast überall im Universum, wo es Formen gibt. Und entsprechend sind die auf den inneren Ebenen auch kosmisch vernetzt, die Steingeister. Und zu den Steingeistern zähle ich übrigens auch die Metallgeister. Also alles, was Metall, Stein, Kristall, Mineral, wie auch immer, alles, was so in unserem Alltag erscheint, wirkt auf uns tot. Aber dahinter verbergen sich mächtige Wesenheiten und ebenso die Urformen des Klangs und damit der Geometrie. Heilige Geometrie sozusagen. Also Steingeister sind die Meister der heiligen Geometrie. Alle Formen bestehen aus Frequenz, aus Schwingungen. Und ändert sich die Schwingung, ändert sich die Form. Und das ist was, was man direkt bei den Steingeistern erfahren kann. Wie aus der Leere oder der absoluten Fülle, je nachdem, wie man das betrachtet, für den Verstand, ist das, wo alles herkommt, die Quelle sozusagen Leere, weil er es nicht versteht. Und für die Seele ist das die Fülle. Das ist das Gleiche. Was für die Seele die absolute Fülle ist, ist für den Verstand die absolute Leere. Je nachdem, wie man der Sache begegnet, der Quelle sozusagen, das, woraus alles besteht, erlebt man das als ein großes Nichts oder als alles sozusagen, alles, was ist. Und auf den Ebenen der Steingeister kann man diesen Schöpfungsakt wie etwas aus dem Nichts oder aus der großen Einheit sozusagen in eine Form gebracht werden, woraus etwas entsteht. Das ist so die Ebene der Steingeister und deswegen halt höchst spannend. Auch für Musiker spannend. Ich behaupte, dass viele Musiker da auch ihre Inspiration hernehmen. Immer wenn in der Musik etwas Neues entsteht, behaupte ich, kommt das von den Ebenen. Und mit dieser Erkenntnis, mit so einem Erlebnis, wenn man das mal direkt erfahren hat, kommt man zurück dann in den Alltag und versteht, dass nicht alle Formen voneinander unterschiedlich sind, sondern dass alle Formen miteinander irgendwo eine Einheit bilden. Und hinter allen noch so unterschiedlichen Formen im Alltag stecken so Grundformen. Da ist überall so, also da ist immer was Gleiches dahinter. Egal, was da ist, da ist immer die gleiche Schöpfung steht dahinter. Alles ist miteinander in Verbindung. Und das, das kann man über die Steingeister sehr schön erfahren. Also Form ist dann quasi nur der Ausdruck von etwas, das dahinter steht. Und die Welt der Formen und Farben ist die Oberfläche eines, ja, könnte man sagen, eines multidimensionalen Orchesters, das dahinter wirkt. Und im Alltag kriegt man das nicht mit. Das wirkt alles vielleicht ein bisschen trist, aber so hinten dran, wenn man auf diesen Ebenen guckt, da ist das überwältigend krass. Ja. Natürlich fragt sich der Verstand jetzt an der Stelle, der erzählt mir da was von Steingeistern, Frequenz, Geometrie, was bringt mir das jetzt? Da möchte ich dir jetzt noch so ein paar Anregungen geben, warum das vielleicht auch für dich interessant sein kann, zu lernen, mit Steingeistern zu arbeiten. Steingeistern zu begegnen ist natürlich nur was für diejenigen, die sich da so richtig hingezogen fühlen. Und wer da in Resonanz ist und bereit ist, eben ein entsprechendes schamanisches Training zu absolvieren, weil das muss man richtig lernen, sonst kommt man da nicht hin. Man muss auch einen Zugang gezeigt bekommen, wie man auf deren Ebenen kommt. Weil die Steingeister, die sind sehr reserviert, die bleiben eher für sich. Die kennen Menschen als sehr chaotisch, deswegen lassen die nur Menschen zu sich, die einigermaßen in Frieden und in Ausgleich mit sich selbst sind, weil, dass die Menschen dann nicht so viel Durcheinander zu denen reinschleppen sozusagen. Und wer aber bereit ist, da zu lernen und sich da einzulassen, der kann sich so richtig auf dieses Abenteuer stürzen. Von Steingeistern kann man gute Tipps für den Alltag bekommen. Man kann sich und seinem wahren Selbst dadurch näher kommen. Man kann von Steingeistern Heilarbeit lernen. Man kann von ihnen lernen, die größeren Zusammenhänge des Lebens mehr zu verstehen, weil die Steingeister sehr kosmisch sind und auf dieser Schöpfungsebene zu Hause sind, sozusagen ganz direkt da, genau da, wo Schöpfung entsteht, dieses aus dem Nichts oder aus der Fülle, dass etwas herauskommt, sozusagen das, was geformt, geschöpft wird. Man kann zeitweise mit denen in eine sehr harmonische, hochschwingende Welt eintauchen. Und diese Erfahrung bringt man damit in den Alltag, was einen sehr stärken und auch sehr ermutigen kann. Und auch sehr heilsam sein kann und sehr befreiend sein kann. Und auch wenn eben, muss ich nochmal sagen, Stein in unserem Alltag nur ein totes Ding zu sein scheint. Viele Menschen sind damit dann doch mehr verbunden, als sie vorab gedacht hätten, weil genau genommen sind Mineralien auch in unserem Körper. Und die Welt der Klänge und Geometrie steckt einfach in uns allen. Das ist so, unser ganzer Alltag ist davon durchzogen. Wir können Klang und Geometrie nicht entkommen. Und manche Menschen können sich auch so intuitiv, ganz ohne spezielles Training auf die Steingeister einstimmen. Das hängt dann damit zusammen, wenn jemand ein schamanisches Erbe hat und da einfach schon was mitbringt und intuitiv schon viel richtig macht. Und das geht dann einfach, wenn man einen entsprechenden Stein einfach in der Hand hält und sich darauf einlässt, einschwingt. Kann man intuitiv richtig machen. Das kannst du auch mal ausprobieren, ob dir das gelingt und wie tief du da einsteigen kannst. Kannst du einfach mal einen hübschen Stein nehmen. Das kann jetzt so einer sein, der ganz hübsch aussieht. Ich habe jetzt hier einen Amethyst in der Hand. Kann aber auch irgendein Stein sein, der draußen im Wald liegt oder bei dir ums Haus rum auch ein Kieselstein. Völlig egal. Und dann nimmst du einfach die Hand und dann richtest du dich innerlich auf diese Ebenen aus, von denen ich dir gerade berichtet habe. Das ist schon so ein bisschen wie so eine Einweihung, wenn du mir gut gelauscht hast. Oder hör dir am besten die Folge nochmal an, was ich dir so alles erzählt habe. Und dann hast du so eine Idee von dieser Bewusstseinsebene der Steingeister. Und dann hältst du so einen Stein einfach in der Hand oder zwischen den Händen. Dann schwingst du dich innerlich auf diese Ebenen ein, von denen ich dir erzählt habe. Wichtig ist nicht mit deinem Verstand, nicht darüber nachdenken, sondern so mit deinem inneren Gespür, mit deiner inneren Absicht, mit deiner eigenen innewohnenden Magie. Mit deinem inneren Wissen. Da kommst du dahin. Und wenn du das aber richtig lernen möchtest, brauchst du eine schamanische Ausbildung. Kannst du gerne mal in die Ausbildung kommen. Ja, schön. Das war so eine Einführung in die Welt der Steingasse. Ich hoffe, das war spannend für dich. Abonniere sehr gerne meinen Podcast. Würde mich freuen. Und ja, dann vielen Dank, dass du zugehört hast. Und vielleicht hören wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und vielleicht ein paar neue Abenteuer mit der Welt der Steine und Kristalle. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.